Hallo und herzlich willkommen zurück zur Forest WG. Ja, äh, mit Mina, Ich-Natz-Dich und Bayerwald. Hallo. Hallo. Ich hab mal wieder Besuch bekommen, wie immer. Können nicht ohne uns. Irgendwie sind wir hier. Alter, haut die Alte zu, ey. Verdammte Naht, ey. Die, wenn der Schelle gibt, oder wie. Au, 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 au. Hast du, hast du, merkst du wat? So, ich hol mir mal ein paar Sticks. Ich bin da grad dabei, Stick ist zu sammeln. Sieht nicht grad baden. Wie sieht der Schrank eigentlich aus? Was hast du in dem Kühlschrank? Ich hab gefragt, wie der Mio-Zien-Schrank aussieht. Weiß ich nicht. Da ist noch was drin. Na ja, wir haben was reingepasst. Wir könnten mal irgendwie so ein bisschen und mal auf Tour begeben und ein bisschen Zeug sammeln. Er ist erst baum und scheiße fertig, oder? Ja. Und wir hier unten sind nämlich ein Haufen Flicks bei mir. Ich hab ja auch noch eine ganze Menge gerade. Ich hab schon wieder voll. Bin schon bald. Ich steht da immer noch. Geil, die schwimmen grad mit den Enten. Sind die putzig. Oh. Schuckelig. Putzig. Hallo. Der Trainer geht ganz ungestört an hier vorbei. Was, du bist schmutzig. Putzig. Putzig. Die Enten sind putzig. War eigentlich irgendjemand mal von euch auf diesen Hochsitzdingern im See? Ja, ich bin da mal hochklettert, ja. Oh, hier gibt's Zeug. Oh, Zeug. Zeug. Plantinen und, ähm... Oh, geil. Geronimo! Bounce! Ich sammle hier Sticks ein. Bist du gerade da hinten? Okay. Ich war auf Sticky-Jagd und dann hab ich die Enten gesehen und ich musste zu ihnen. Lass dich kurz mit den Frauen. Ja, ich geh auf Tuchfüllung. Auf Tuchfüllung? Äh, siehst du schon, wenn du wieder runterfällst. Ich mach mir auch mal so'n... Ey, die alte will aber auch nicht abhauen, die kommt schon wieder. Ich hab sogar einen Stick, ich hab auch Cloth, okay. Dann würden wir uns hier mal was verbrennen. Alter, fick dich, Alter, fick dich. Also wirklich. Ich schreck dich auf unsere Palisade ein, ey. Ey, Alter, du hast echt irgendein Aggressionsproblem, oder? Haben die hier doch alle. Ja. Oh, ich führe meinen Stahlschweigen. Einen Knochen hab ich hier. Ein Mühle-Riedel hat sie fallen lassen. Wieso lässt die bei dir eigentlich immer was fallen und bei uns lässt die überhaupt nix fallen? Er hat einen Sonnenaccount. Ja. Weißt du, ich hab das letzte Mal einen Arschloch-Account gehabt, also gleicht sich das wieder aus. So kann das gehen, ne? So kann das gehen. Du, womit wollen wir jetzt eigentlich hier weiter machen? Äh. Sehen hier alle doof rum? Ich bastel mir hier grad noch mal... Äh, wir müssen noch was Ding sammeln. Ich bastel mir grad noch meinen guten Speer und dann würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen auf den Weg, oder? Ich war kurz davor, dein Bein zu essen. Oh, bitte nicht. Schatzi, bitte lass mir das Beinchen. So, sechs Stickys brauchen wir jetzt noch für den letzten Lockholder. Zehn hab ich da reingeballert. Ich hab übrigens so ein Stickholder auch gebaut, gell? Ja, drei. Ja. Ne, zwei. Das eine ist so steine. Ach, das sind so steine. Wollen wir eh immer so viele Steine haben? Die Kies. Nix. Jetzt zeigt mir gar nicht an, dass ich da irgendwas reinmachen kann. Komm schon. Ach, du mal jetzt. Ja, das zeigt dir nicht an, du hast du. Oh nein. Ich bin rausgeflogen. Ich auch. Was, raus? Ja, bin rausgeflogen. Hab nisch gespeichert. Ich auch nisch. Dann geh ich mal schnell zurück und speichern mal die ganzen Mist. Ja, weil die eben auch machen. Weiß ich nicht. Ich bin auch drin. Okay, ich starte hier ganz mal fix neu. Um beizutreten. Bin da los. Fügung stellen und da durchlaufen. Warte, ich will das aufnehmen, wenn du da durchlaufen hast. Ich auch, ja. Du stehst schon davor, lauf doch mal. Ja, warte noch, ich brauche jetzt den Baum hier. Kommt mal her, holt mal den Baum ab. Ach, komm. Oh, da ist ein Freckle. Ja, komm du lieber her, wenn da schon ein Freckle ist. Ja, dann lock doch den Freckle rein. Ja, wie lange willst du ihn da locken? Keine Ahnung. Der ist hinter mir her, der Freckle. Ja, komm. Dann lauf eben durch die Falle durch. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Der will da nicht durch. Der ist nicht doof. Ja, Natze, jetzt ist deine Chance. Ah, fuck. Gutti, 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 kommst du hier, hier. Komm her, komm her, Schatz. Komm her. Der so doof ist. Nee. Nee. Er setzt sich lieber auf den Stein. Oh, jetzt hat ich Natze die Falle ausgelöst. Hat's, hat gebracht? Nee, ne? Nee. Bei mir hat's gar nichts gemacht, die Falle. Ich hab sie gerade jetzt wieder hochgemacht. Jetzt hast du sie schon wieder ausgelöst. Ich weiß, ich... Ich mach nix. Bayer, aber geh du mal durch. Aber ihr seht die schon, dass die Bayer... Hebt da Blut dran? Nö. Na gut, vielleicht, vielleicht kann die bei uns... Vielleicht funktioniert das nur bei mir, warte mal kurz. Nö, die fällt durch mich durch und interessiert dich nicht. Oh, komisch. Aber hier ist jetzt mein Todessymbol. Anni, das ist jetzt Todessymbol von wegen, hier ist gefährlich. Na gut. Fade, schade. Aber ist mein Knochen fertig? Ja, danke. Dann kann ich mir was zu essen holen. Ey, guck dir mal das an, die alte blutet aus dem Arsch. Oh, Alter. Das war jetzt aber gerade ein bisschen böse. Ja, guck dir das doch mal an. Wieso ist hier noch nichts essbar? Was soll das? Das ist alles essbar. Ich hab... Ich hab... Ich seh das aber... Ich sagte mir aber nichts. Du musst bloß in die richtige Ding gucken. Hä? Auf flacher Höhe. Wenn du, wenn du flach hingehst, hast du ein E. Hm? Ja, so. Ich hätte gerne ein Reh. Und wo guckst du denn hin, nach unten? Äh. Ja, einfach, einfach waagerecht rüber. Hm? Guck mal, dieses Auslöse-Ding, was da unter der Falle steht, das sieht aus wie das Zeichen von dem Fantastic Four. Hab da nichts zu essen. Egal. Äh, hab da nichts zu essen? Wo soll der es? Sag mal. Wo ich stehe, hab ich lauter E. Das gibt's doch nicht. So, du... Ich stell mich mal deinem, wo du stehst. So, hier steh. Oh, das rubbelt das hier. Dann guckst du, wohin? Einfach geradeaus vor. Ich verarsche das Spiel. Kann da bloß nichts mehr kochen heute. Was habt ihr denn da für Probleme? Das Spiel ärgert mich. Das mag ich nicht. Ich... Da kann nix essen vom Rack. Ich brate mir was auf, die altmodische Art und Weise. Wenn das Spiel nicht will, hatte ich halt nix dafür. Vielleicht, weil du rausgeflogen bist, ist es bei dir noch nicht fertig. Das ist viel, das Essen ist aufgeteilt für alle. Das könnte sein. Du kannst hier nix mehr runternehmen, weil du zu verfressen bist. So, jetzt hab ich noch einen Speer. Also mir zeigt er auch nichts an. Was kann man denn hier eigentlich reinstellen? Kann echt sein, dass wir beide rausgeflogen sind. Das könnte der Grund sein. Ja. Ah, cool. Da könnt ihr ein paar Dosen reinstellen. Wenn wir jetzt losgehen, könnten wir da eigentlich die Dosen da lassen. Lass uns gleich mal ein bisschen hier auf Expedition gehen. Ja, wollen wir mal in die Höhle da bei uns vor der Tür reingehen? In der waren wir, glaube ich, schon länger nicht mehr, oder? Das war doch letzte Aufnahmesession erst. Waren wir da in dieser Höhle? Ja. Ne, wir waren da rechts in der Höhle. Ich meine, die links. In der waren wir lange nicht mehr. Ich würde gerne mal zum Strand gehen und da mal gucken, was da so liegt in den Containern. Ja, stimmt. Flaschen hätte ich unglaublich gerne. Wir sind auch lange nicht mehr bei den Hütten da hinten gewesen. Erinnert ihr euch? Ja. Lass uns mal zum Strand gehen. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich höre schon wieder irgendeine Tussi plären. Oh, Tussi. Ich mache mir gerade mal ein paar Mollis noch. Ja, nebengehauen, das gibt es doch gar nicht. Bleib doch schön gescheißig. Ich sage euch immer wieder alle Koffer leer. Ich mache mir aber selbst. Ja, aber die Rindviecher, die laufen aber jetzt besser hier durch den Wald. Die backen hier so doll. Gebe tschau. Das war ein Donado. Ein Neues. Gebe tschau ein Neues. Wir sollten mal ein Dach hier reinmachen. Mal drüber nachdenken, ein Dach reinzumachen. Lohnt sich das? Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen durch die Gegend, oder? Ja, ja. Das können wir auch in der nächsten Folge machen. An den Strand hätte ich auch gerne. Also würde ich auch gerne. Oh klar, Strandspotenzial bei Gewitter. Bei Gewitter. Bei Gewitter. In Neusch. Das wird nie alt. Okay, in welche Richtung müssen wir denn dafür? Hier an der Räder. Lass mich erst nochmal Fleischaufhängen hier. Folgt mir unauffällig. Hallö. Nimm's lieber mit. Hallö. Oh, dann sind wir schon wieder. Ja, das sind wir zwei Freigels. Ich hasse euch. Kann man den Stuhl mitnehmen hier? Nein. Ich glaube nicht. Der ist doch geil, der Stuhl. Den will ich haben. Den will ich da oben hinstellen. Ja, super. Und die scheiß Viecher, die hängen wieder bei mir hier rum. Renn weg. Warum wohl? Weil du verdient hast. Wo bist du nochmal? Warte mal eben kurz. Ich wollte das mit dir da eben nochmal näher erläutern. Ey, geh weg hier. Ich habe keine Lust mit dir zu diskutieren. Nicht? Es tut immer so weh. Oh. Es tut weh? Diskussion tut weh. Ja, ne? Diskussion mit mir, ich Nazi, tut immer weh. Oh, mir das springt mit dem Speer in der Hand. Auf Bayerwald drauf. Au. Ich rüste auch mal den Speer aus. Hihihi. So. Was haben wir denn hier? Da vorne sind die... Au. Scheiße, das ist jetzt auf. Was macht die denn da schon wieder? Ich habe dich nie geschlagen. Ich habe dich nie geschlagen. Ich habe dir den Speer im Rücken geworfen. Mama. Habt ihr wieder diskutiert? Es hat sogar geklappt diesmal. Mama, der hat mich gehauen. So, jetzt stelle ich mich auf den anderen und du schmeißt dich von da aus mit den Speer. Was habe ich denn hier? Oh, ich wäre vorsichtig. Ich habe einen Dynamit. Pff. Boost Collect. Was ist denn Boost? Boost ist Alkohol. So. Oh, wir sind doch. Weißt du, hier oben ist wieder mal was. Ja, hier hinten kommt man nicht rauf irgendwie. Jetzt. Weil das sei so tief im Boden hängt, deswegen. Dem Dingern ist was? Ja. Ja, bei mir liegt hier oben auch was drauf. Und zwar... Meistens. Eine Flair. Ja, die habe ich auch gehabt. Ich habe hier zwei Cola-Dosen. Komm gleich wieder zu euch. Na komm, 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 komm. Komm hoch. Das ist ja echt blöd hier. Aber da ist die. Da ist die. Da ist die. Da ist die. Jetzt habe ich es. Ich würde jetzt gerne in den Hintern pieksen. Wenn der sich aus dem Stein rauszieht. In den Hintern. Mhm. Da. Wenn wir da schwer machen, irgendwie noch nicht großartig schaden kann das sein. Keine Ahnung. Warte hinten was bei den Containern an den Wintern. Ja, nee, ab sofort ein paar Circuit Boards. Nee, 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 nee. Das liegen doch überall Kisten rum. Ja, da sind immer nur Circuit Boards drin. Ja, das ist doch gut so. Ja, ich habe schon voll. Jetzt. Ja, ich brauche noch ein paar. Kann ich da mal hoch? Warum ich da nicht hoch lassen? Ah, innen wieder habe ich so voll die Mega-Lags. Ja. Für mich ist auch die Frame-Rate gerade irgendwie ein bisschen im Eimer. Ja, die geht jetzt wieder. Der hat sich nicht gefangen. Aber hier ist so voll die fette Mega-Lags. ich wollte doch gar nicht was hier alles am strand rum liegt medikamente schokoriegel mögen so sehe ich das nicht das gibt es doch nicht ja weil du einfach planlos durch die kind läuft und hier nicht auf den boden guckst war ja hast du das gesehen was mit drei stück also kann ich die tote möwe hier nicht mitnehmen die hätte ich gern weil man die nicht essen kann du kannst nur die federn mitnehmen und hier gibt es ganz viele flaschen ja ich kann kein fleisch mitnehmen ab nach oben was kann ich mir denn jetzt aus diesem turtle-panzer alles basteln war nur ein scheiß stein ich kann keine flares mehr tragen die braucht ja auch kein mensch ich komme wieder zu euch gibt es da nicht geht sogar auf mich doch hau ich doch auch ich doch mädels könnten durch ein zimmer ich kann das nicht mehr aufnehmen es ist lustig wenn man die kartons kaputt macht dass das sich so anhört als würde ich auf den baumstamm und hier fliegt hier fliegt man wieder in karton da ist am strand rum liegt ein kleingeld steine und alkohol und so ich habe auch ein schick rötenpanzer komm raus hier also leben auch noch als ich habe die fehler nicht gekriegt frechheit so der alkohol alkohol so das pfentenpanzer ich liebte die halbe die halbe ach jetzt kann man die man kann jetzt auch die ich kann keinen mehr alkohol mitnehmen schade ich krieg keine federn von denen ich kotze gerade gott wie viel alkohol liegt denn hier rum wir haben eine richtige saufgelage hier gemacht oh jetzt habe ich habe hier zonnenweise federn du hast zonnenweise federn ich habe einen möwen getötet das flog erflogen zonenweise ich kann ihn nicht jetzt auch nicht mehr jetzt kann ich auch nicht aufnehmen wird zeit dass der bayern mal wieder stirbt und die fresse zehn federn ja weißer stein am kopf ich hau dich gleich wieder mit dem schickrötenpanzer ganz einfach okay ich kann keinen Alkohol mit tragen und schon mal gut ich hab's ich hab's hihihi Hupi gel ihn kann ich auch nicht mehr tragen hihihi ja road one Fakt mit doch treff mich doch was hast du vor mit dem Beutel was hast du vor mit dem Beutel das ist ja jetzt nicht was das ist kein Beutel das sind schickrötenpanzer den benutze ich gerade als Schild den halte ich als Schild hoch aber ja mal trifft mich nicht funktioniert das ja ich krieg keinen Schaden Leute was macht ihr denn da hinten wieder für'n Scheiß da ist es da ist kein Boot mehr ich wollte gerade sagen da ist ein Boot aber da ist kein Boot ach hier ist ist hier nicht dieser Psycho Container ja da oben genau da oben ist das Psycho Container ja Psycho Container mit Knochen dann kann ich das Scheiß knochen nicht nehmen das gibt's doch nicht hab ich denn jetzt geworfen Stein komm stell dir nicht mehr diesen blöden Eiling Medis polzen ach das geht kann man gar nicht abholzen ok schade ich kann keine Medis mehr nehmen zum Scheiß ich auch doch kann ich voll mit Metz so jetzt kann ich wieder eins nehmen au da stand es was sag mal ey wir haben sich dagegen seit die Schädel müssen die Medis nicht zwangsläufig aufbrauchen ich dank dir kann ich jetzt wieder eins nehmen gut das ist schön weil du hast mich gar nicht getroffen das war das Lust bei mir immer schön Schädelkeule ja bumm wissen wir überhaupt Container durch durch in den Container reingelang kann ich sie aber ich hab mich nicht mit dem Stein angeschossen was was hast du da war ich dich mit dem Stein abgeworfen äh ich bastel mir grad mal wieso kann ich jetzt die als Pferde jetzt nicht mehr oooooh ich sag mir mal Steine ein ich bastel mir jetzt mal ein paar Montage ich muss auch mal eben was basteln wenn es dringend ah leck da kann ich nicht noch mal eine Bombe bauen da ist kein Boot mehr bombe 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 hey timebomb sehr schön ich bastel mir grad mal zigtausend Monatops dann kann ich wieder äh boost nehmen soll ich ein Fraggle ein Toter das kommt doch hier öfter vorher mal komm ich hau den Sack so äh haben wir noch hier war doch noch irgendwo noch boost den nehmen wir mit komm ins Sack hauen so sei denn mit der Schädelkeule so Alkohol wo bist du du warst ja hier vorher noch Alkohol ich hab mir ein Bombengürtel gebastelt haha bombengürtel bombengürtel kleiner Taliban oder was ja vielleicht na Taliban ist out Isis hier liegt ein Stein oh aus der Entfernung sogar noch daneben geworfen ey wie schlecht oh mein kann man den Stein überhaupt treffen oh ja ich hab mir ja gerade am Kopf getroffen es schneit bei mir ist immer nur durchgefallen das ist jetzt mein Bogen was ist das? Hagel oder was? schneit ich halte mir mal den Schildpanzer über dem Kopf ah was sind die Federn dann lasse die Federn ich will doch noch mehr Alkohol lass mal den Klimmer schon wieder ich hab jetzt nicht im Bogen gebastelt hahaha dann hab ich auch gebastelt schon und mir ein Pfeil angezündet komm mich natscht willst du nochmal willst du nochmal stecken? ja willst du? willst du? ähm ich werde an deiner Stelle ein bisschen vorsichtig weil ich hab vier Time-It-Bombs und ähm die kann ich mir auch bauen und von denen kann ich weglaufen von daher wirb doch also kannst du mich gar nicht treffen du kannst mich gar nicht treffen bist du dir sicher? echt? ja ganz sicher? ja ich merg das schon an wem hast du das schon ausprobiert? was? dass man äh nicht treffen kann ja solange ich den Schildpanzer in Abwehrhaltung vor mich halte triffst du mich nicht da kannst du egal mit was du mich angreifst äh 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 ich kann ja bei den Rücken schießen ich bin da nicht so ja dann mach mal ja wenn du nicht mehr mit rechnest gucken wir mal ich hoffe dass die ganze Zeit hinter dir ha 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 wo wollen wir jetzt hin? keine Ahnung nach Hause kurz wie die Folge ist eigentlich auch schon zu Ende wie bastelt mir mal Feile? dunkel ja äh mit äh Stickies und äh Federn Scheder 10 Federn ich glaub mindestens 10 weißt ob da drüben was ist auf der Insel ich hab zu wenig Federn